Hallo, willkommen heute zum Flash Converter, einem weiteren ADC. Wer noch nicht ganz weiß, was ein ADC bzw. ein DRC ist, kann jetzt mal rechts oben klicken. Habe ich es euch schon mal erklärt und natürlich die ganze Playlist zu den Converter ist in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. Auf jeden Fall, heute soll es um den Flash Converter gehen. Der Aufbau von so einem Flash Converter schaut ja schon mal ziemlich interessant aus. Also, wir sehen, wir haben einige Komparatoren, hier sieben Stück, denn wir haben einen 3-Bit-Flash Converter. Dann, wichtig, wir haben die Eingangsspannung hier oben, da haben wir gleich mal einen Widerstand mit 3,5 R, also 1,5 R. Hier jeweils den Widerstandswert R und hier unten R halbe. Was jetzt das R ist, das ist ganz euch überlassen. Das ist eben nur hier zum verdeutlichen, dass diese R alle gleich sein müssen. Wenn wir beispielsweise hier einen 10K Widerstand hätten, da müsste dieser hier unten 5K sein. Und der hier oben 15K. Das Ganze ist jetzt eigentlich ein Spannungsvergleich hier. Er wird auch oft Parallel-ADC genannt. Auf jeden Fall brauchen wir hier 2 hoch N minus 1 Komparatoren für einen Messbereich 2 hoch N. Das haben wir hier. Wir haben eben 3-Bit-Converter. Somit brauchen wir 7 Komparatoren. Und unser Messbereich liegt bei 8. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier unten her schauen, hier sehen wir lauter Widerstände. Und somit ergibt sich ein gewisser Spannungsteiler. Und über den Spannungsteiler bekommen wir eben jetzt verschiedene Spannungen. Die habe ich hier drüben mal ungefähr aufgezeichnet. Also unsere V1 hier unten wäre eben ein Sechzehntel von der Referenzspannung. Eins drüber wäre ein 3 Sechzehntel, 5 Sechzehntel, 7 Sechzehntel, 9 Sechzehntel, 11 Sechzehntel, 13 Sechzehntel. Und so teilen sich eben hier die Spannungen auf. Und somit erkennen wir, okay, wenn wir jetzt nun als Beispiel hier 8 Volt bei der Referenzspannung haben, dann teilt sich das Ganze jetzt eben so auf, dass sie unten dann 0,5 Volt liegt und immer weiter rauf. Das heißt jetzt, alles was unter 0,5 Volt von der zu messenden UE ist, gilt logisch 0, alles andere als logisch 1 für diesen Komparator. Hier oben gilt das Gleiche, immer mit dem 0,5er Schritt, nur hier oben sind wir halt dann bei 1,5 Volt, den 3 Sechzehntel mal unsere 8 Volt sind eben die 1,5, sprich alles über 1,5, wird immer auf logisch 2 aufgerundet. Oder runden ist ein bisschen falscher Ausdruck, aber gilt eben als logisch 2,1 beim zweiten Komparator, so heißt es. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt als Beispiel 3,3 Volt haben, dann schaltet der erste Komparator auf 0,0,0,0 und erst bei den letzten drei Komparatoren gibt dann das Ganze eben logisch 1 aus und wir halten eben als Ausgangssignal eben die letzten drei Stellen ein 1er. Das wandert dann hier in die Kodierung rein und diese Kodierung gibt es uns eben in einen N-Bit-Dual-Code. Hier, wie gesagt, 3-Bit, somit haben wir hier eben unsere drei Ausgangsleitungen. Sprich, wenn jetzt die Eingangsspannung kleiner ist als ein Sechzehntel von der Referenzspannung, dann haben wir alle Komparatoren hier auf 0, sprich unser Dual-Code wäre 0. Wenn wir jetzt die Eingangsspannung kleiner wie beispielsweise 13 Sechzehntel von der Referenzspannung haben, was sich eben hier oben befindet, dann haben wir die unteren Komparatoren alle auf 1, nur den obersten nicht, da es ja kleiner ist. Somit ist unser Dual-Code dann 1,1,0 und wenn die Eingangsspannung jetzt größer, die 13 Sechzehntel von der Referenzspannung sind, dann haben wir eben hier alles 1 und somit hier auch drei 1er. So wird das eben fortgesetzt. Somit kann man nochmal zusammenfassen, jeder Komparator vergleicht eben die Eingangsspannung mit seiner eigenen Spannungsstufe und schaltet somit am Ausgang logisch 1, wenn es größer ist die Eingangsspannung und sonst eben 0. Vorteil, diese Wand, das sind ziemlich schnell, bis einige hunderten Megahertz. Der Aufwand ist allerdings ziemlich groß, denn man braucht wie gesagt 2 hoch N-1 Komparatoren für N-Bit-Konvertierungen. Die Hauptanwendungen so sind für die Bildbearbeitung, digitales Oszilloskop, Video und Radar. Jetzt eine Frage an euch, wie viele Quantisierungsstufen, also das wäre hier, was ich mit Messbereich 2 hoch N bezeichnet habe. Hat ein 8-Bit-Flash-Konverter und wie viele Komparatoren werden benötigt? Das könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall war es das grundsätzlich vom Flash-Konverter. Bei Fragen gerne in die Kommentare. Schaut euch auf jeden Fall die anderen Videos in der Playlist an. Dann kennt ihr euch für die nächsten Tests gut aus. Ich wünsche euch noch alles Gute. Haut rein und ciao.